Musik Trocknen, ok, aber Regen, boah, richtig ekelhaft Alles gut, Scott geht jetzt nochmal rein Was macht der? Wofür ich jetzt die halbe Stunde nicht bekommen habe, weiss ich nicht Grund wirds haben Musik 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 So, bei Führung Musik 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 Ich weiss nicht, vielleicht ist Scott auf die Regenreifen gegangen Ich weiss nicht, vielleicht ist Scott auf die Regenreifen gegangen Und deshalb so viel aufgeholt Oder rausgeholt, hätte ich gesagt It's hard. Was ist mit Campbell los? Hat er sich gedreht? Ja. Campbell hat sich gedreht. Okay. Soll mir recht sein. So, gleich wird der Penalty abgegessen. Scott ist aber auch nur 16 Sekunden dahinter. Da hat er richtig Floppenboxen statt machen können. So, jetzt muss ich es endlich ins Ziel bringen. Mit den Inters. Scott scheint hier aber auch nicht fehlerfrei durchzukommen. Er hat zwar viel aufgeholt, aber inzwischen hat er Mühe. Das war jetzt richtig blöd. Richtig schlecht. Das war jetzt richtig blöd. Richtig schlecht. Ja, ich kann machen, was ich will. Die hinteren Reifen gehen bei dem Auto einfach viel schneller rein. Aber auch Scott scheint Probleme zu haben. Das war er. Beruhigend. Das ist der einzig verbliebene Gegner. Das war jetzt. Ich hab ihn, 60. Und er hat auch nicht mehr auf der Liste gefangen. Ey, Feuer wird das Ganze beruf. In der Nähe des Wagen gibt es auch nicht mehr dort. Aber immer wieder zu erinnern. Der ist ein Räumen bekannt. Machen muss man sich aufpassen. Das ist die Räumen, ein Räumen ist oder die Räumen. Der wird ausgelieckene notre Räumen. Da ist aber auch nicht mehr aufgeräumen. Die Räumen ist leer. Der wird massiv auf. Nicht so schwierig, das zu halten. Der wird massiv auf. 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 Der massiv auf. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ganz schlecht. Das speichere ich nicht mal. Null. Null. Einfach nein. Aber gut, damit haben wir dieses Missionsblock fertig gemacht. Und bekommt zwei Autos. Erstmal den Subaru BRZ Drift Car. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben alle Bronze erreicht. Dieses Geschenkauto gehört jetzt Ihnen. Ich werde es an Ihre Garage liefern. Gibt einiges an Punkte hier. So, der Jabra 2J. Sie haben alle Gold erreicht. Dieses Geschenkauto gehört jetzt Ihnen. Ich werde es an Ihre Garage liefern. 2.500 Punkte. Gleich mal Summer 2027. Aber nichts weiteres erreicht. Und damit fehlt nur noch Gone with the Wind. Das High Speed Rennen. 30 Minuten. Da brauche ich in Gruppe 3 Fahrzeug. Dann nehme ich halt eine Ferrari. Bei dem habe ich nämlich alle Reifen zur Verfügung. Glaube ich zumindest. Ja, bei dem habe ich alle Reifen. Und... Puh, ähm... Genau, teilnehmen. Auf dem High Speed Ring. Okay. Ich wollte eigentlich noch eine andere Lackierung auswählen, aber... dann war es wohl nicht so. Obwohl... So... Okay, muss länger eingestellt werden. Was ihr euch wundert... Hä? Warum hat der ein Turbo? Den habe ich verbaut. Das ist ein Turbo für hohe Drehzahl. Dazu habe ich das Auto 70% runtergeschraubt von der Nystrom. Okay. Die Softs, die gehen kaputt so... Sofort. Wir gehen... Auf den Hard. Wow. 5.000 für den ersten Platz. Für ein 30 Minuten Rennen bekomme ich 5.000. Ein Hochgeschwindigkeitskampf im Regen. Nutzen Sie den Webgebericht und zwei verschiedene Reifentypen und wählen Sie die perfekte Rennstrategie. Toll. Ach ja, das Getriebe wollte ich noch einstellen, richtig. Ich wollte es länger stellen. Dann fangen wir mit 310. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, schauen wir mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie dumm bin ich eigentlich? Wie dumm bin ich? Wie dumm bin ich? Wie dumm bin ich? Wie dumm bin ich? Kann wohl nur 6 Runden draußen bleiben. Das heißt man fährt da 4 mal in die Box. Ja vielleicht 7, vielleicht schaffe ich 7. Dann wäre es zumindest 3 mal. Wie dumm bin ich? 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 Wegen, okay. Got up in the Bannik. Das war's mal. Wenn der Friedmann fährt, der ist fast so schnell wie ich, wird das so schwierig den einzuholen. 7 Minuten, das ist das, was ich maximal schaffe. Damit ist ein 2-Stopp nötig. 2 Minuten, das ist das, was ich maximal schaffe. 2 Minuten, das ist das, was ich maximal schaffe. So, ich glaube, jetzt ist Zeit für den Glied jetzt. Oops. Ich weiss nicht, wie die da einfach mehr Grip haben als ich und warum die mehr Grip haben als ich. Das ist mir absolut unverständlich. Wirklich. Ich habe die Box verpasst. Ich habe die verdammte Box verpasst. Ach nein. Ah, Mann, die Box ist da vorne. Das ist auch scheiße. Mein Gott. Ich habe mich schon bereit gemacht, dass hier die Box ist. Mann, bin ich blöd. Mann, ist das doof. Mann, ist das doof. Da ist die Box, okay. Hey! Ich muss beim Bissen! Ich muss beim Bissen! Ich muss beim Bissen!